Arbeit, du Verwirrung. Arbeit, du Arschloch. Arbeit, du Hoffnung. Arbeit, du Ablenkung. Arbeit, du Zweifel. Arbeit, du faule Sau. Arbeit, du Roboter. Herr Doktor Arbeit. Guten Abend. Guten, guten, guten Abend. Einige sehen in Ihnen ja den neuen Messias und die Lösung aller Probleme. Was wird genau passieren, wenn jetzt plötzlich hier alle Menschen 1.000 Euro im Monat ohne Bedingung bekommen? Haben Sie dann nicht Angst, Ihre Stelle zu verlieren? Arbeit, du Hoffnung. 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 Arbeit Am Ende wären wir verloren, aber im Himmel war der Schluss, das nicht, denn wir sind arbeitslos. Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit, 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 Arbeit Vielen Dank.